Hier fahren wir durch den Lerdals Tunnel mit 24,5 km der längste Straßentunnel der Welt. Damit die Fahrt nicht zu langweilig wird, gibt es drei beleuchtete Hallen, die das ganze so optisch etwas unterbrechen sollen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's dann auch schon. 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 Das war's dann auch schon.